Mein heutiges Video zeigt euch schöne Autos und Motorräder aus dem Oldtimer Hotel in Ingolstadt. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Bitte abonniert meinen Kanal, dann bekommt ihr die Benachrichtigungen für die neuesten Videos. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.